Wenn du mal von einer komplexen Zahl alle zugehörigen Quadratwurzeln berechnen möchtest, dann kannst du entweder die gegebene komplexe Zahl, nennen wir sie mal W, erst in die Euler-Form überführen und dann so arbeiten, wie ich es dir noch im letzten Video gezeigt habe, zum Wurzelziehen komplexer Zahlen. Oder wenn es sich wirklich speziell um die zweite Wurzel handelt, kannst du auch ganz einfach mit dieser Lösungsformel hier arbeiten. Die geht wesentlich einfacher und schneller. Wie sich jetzt diese Lösungsformel herleiten lässt und wie sie einfach und intuitiv am Beispiel angewendet wird, das zeige ich dir jetzt. Los geht's! Ausgangslage ist, dass wir die komplexe Zahl W, von der wir gleich die Wurzel ziehen wollen, bereits kennen. Wir wissen, was Realteil U und Imaginärteil V sind. Was wir noch nicht wissen, aber unbedingt rausfinden wollen, ist, was ist die komplexe Zahl Z? Oder ganz konkret, was sind Realteil X und Imaginärteil Y? Das Einzige, was wir bisher wissen, ist, wenn wir diese unbekannte komplexe Zahl quadrieren, dann kommt wieder die bekannte komplexe Zahl U plus I mal V bei raus, oder kurz W. Und um jetzt von diesen bekannten Zahlen U und V auf die unbekannten Zahlen X und Y zu kommen, müssen wir lediglich diese Gleichung hier auswerten. Und das wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas seltsam, denn wie kann man denn aus nur einer Gleichung direkt zwei Informationen ziehen für X und Y? Das geht zum Glück ziemlich einfach, und zwar über Real- und Imaginärteil. Da stecken die beiden Informationen drin. Das heißt, lass uns einfach mal mit der binomischen Formel diese Klammer hier auflösen. Das heißt, wir haben X² plus 2XYI plus diesem hinteren Summanden zum Quadrat, und da bitte darauf achten, I² ist gleich minus 1, also minus Y². Und da stecken die beiden Informationen drin, die wir brauchen. Zum einen die Information über den Realteil. Der Realteil ist U, und auf der anderen Seite ist er X² minus Y². Und die zweite Information ist der Imaginärteil, das, was an das I dran multipliziert wird. Das ist auf der einen Seite das V, und auf der anderen Seite das 2 mal X mal Y. Jetzt hast du an dieser Stelle mehrere Möglichkeiten fortzusetzen. Du könntest zum Beispiel ganz einfach umstellen, einsetzen, und dann weiter umstellen, einsetzen, weiter vereinfachen, und so weiter und so fort. Du könntest allerdings auch etwas eleganter mit dem Satz von Vieta arbeiten. Das wäre meine erste Intuition gewesen. Aber es geht sogar noch ein klein bisschen eleganter. Und zwar, indem wir eine dritte Information mit einbeziehen, die ebenfalls hier oben steht. Und zwar, steht ja auch schon in der Lösungsformel, muss irgendwann der Betrag von W mit zum Vorschein kommen. W ist gleich Z², also Betrag von Z². Und das Geniale ist, dass die Reihenfolge, Quadrieren und Betragnehmen, auch vertauscht werden kann. Also wir können auch erst den Betrag nehmen und dann quadrieren. Das hat gerade den Vorteil, dass der Betrag von Z ist ja einfach nur Realteil² plus Imaginärteil² und daraus die Wurzel. Aber die Wurzel hebt sich gerade mit diesem Quadrat wieder auf. Das heißt, das ist das gleiche wie x² plus y². Und mithilfe dieser kleinen Zusatzinformation wird das Ganze viel, viel einfacher. Denn schau dir mal das genau an. Hier steht ja fast das gleiche wie hier. Wenn wir also Betrag von W ganz einfach mal plus dem U rechnen, dann wird folgendes passieren. plus y² minus y² löscht sich aus. Überbleibt x² plus x², also zweimal x². Und jetzt können wir das gleiche machen, indem wir einfach ein U abziehen. Dann haben wir nämlich x² minus x² löscht sich aus. Und y² minus minus y² wird zu zweimal y². Und siehst du das, wie einfach und elegant wir an x und y rankommen können? Wir müssen nur noch durch zwei teilen und die Wurzel ziehen. Das bedeutet, x ist gleich plus minus, wegen der Wurzel, da haben wir nämlich dann zwei Ergebnisse. Betrag von W plus U geteilt durch 2 und daraus die Wurzel. Und für y das gleiche. Plus minus Betrag von W plus U, beziehungsweise ist ja ein Minus an dieser Stelle, geteilt durch 2 und daraus die Wurzel. Aber, kleine Falle steckt hier drin, eine Information haben wir noch nicht berücksichtigt. Und zwar diese zweite Gleichung hier. Man könnte also denken, das ist x, das ist y, damit ist das Spiel gewonnen. Aber, wenn wir mal x und y hier einsetzen, also die miteinander multiplizieren, dann haben wir entweder Pluswurzel mal Pluswurzel, also ein positives Ergebnis, oder Minuswurzel mal Minuswurzel, ebenfalls ein positives Ergebnis. Das heißt also, v muss immer eine positive Zahl sein. Aber das stimmt doch gar nicht. Was wäre denn, wenn die gegebene komplexe Zahl mal einen negativen Imaginärteil hat? Wenn diese Zahl negativ ist, dann bedeutet das, dass entweder x oder y ebenfalls negativ sein müssen. Und genau diese Information müssen wir hier noch mit einarbeiten. Und wenn du mal hier oben zur Lösungsformel schaust, da steht sowas wie das Signum von v. Also irgendwie wird das Vorzeichen von der bekannten komplexen Zahl, also vom Imaginärteil, tatsächlich noch eine Rolle spielen. Und das kann man sich ziemlich einfach erklären. Mal dir das Ganze mal auf in so einem Koordinatensystem mit u und v. Je nachdem, wie du den Winkel angibst, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Und wenn du jetzt von einer komplexen Zahl die zweite Wurzel ziehst, dann bedeutet das im Winkel, dass der Winkel halbiert wird. Aber was passiert denn mit einer komplexen Zahl oder mit dem Winkel einer komplexen Zahl, wenn wir den Winkel halbieren? Egal, welche komplexe Zahl wir nehmen, nach dem Halbieren liegen wir im ersten Quadranten oder wenn wir hier von dem Winkel halbieren, liegen wir hier im vierten Quadranten. Oder wenn wir von einer Zahl, die ja bereits im ersten bzw. vierten Quadranten ist, den Winkel halbieren, sind wir weiterhin im ersten oder vierten Quadranten. Also egal, was wir machen, wenn wir die Wurzel ziehen, wenn wir den Winkel halbieren, dann liegt das Ergebnis im ersten bzw. vierten Quadranten, zumindest eines der Ergebnisse. Das heißt also, dass hier der Realteil immer eine positive Zahl ist. Genau wie die Formel das hier oben sagt, wir haben immer die Wurzel. Die Wurzel ist immer etwas Positives. Aber im Imaginärteil, da soll das Signum, also das Vorzeichen vom Imaginärteil dieser bekannten Zahl einen Einfluss haben? Ja, auf jeden Fall. Denn egal von welcher dieser Zahlen hier oben, also mit positivem Imaginärteil, wir die Wurzel ziehen, am Ende bleibt der Imaginärteil eine positive Zahl. Und wenn wir von einer Zahl mit negativen Imaginärteil die Wurzel ziehen, dann kommt auch nur wieder eine Zahl hier unten raus. Also der Imaginärteil bleibt negativ. Das heißt also, dass wir ruhig das Signum von V auch ganz konkret an das Signum von Y knüpfen können. Das bedeutet, hier würde ich tatsächlich erstmal noch ein kleines Fragezeichen dran machen. Einfach, weil wir diese Information noch nicht mit einbezogen haben. Ich weiß, sehr trickreich. Aber tatsächlich würde ich lieber sagen, Y ist gleich plus minus das Signum von V, um genau diesen Zusammenhang wiederherzustellen und auch negative Werte für V zuzulassen. Und damit haben wir es geschafft. Vergleicht doch einfach mal die Formeln miteinander. Das hier oben in der Formel, das ist der Realteil von Z, also das X. Und das hier hinten, das ist gerade der Imaginärteil, also ohne das I natürlich, nur dieser Vorfaktor. Das ist der Imaginärteil von Z, das Y. Und das plus minus, das was auch hier schon steht, das habe ich einfach ausgeklammert. Und damit haben wir diese Formel dort oben hergeleitet und können sie jetzt immer benutzen, wenn wir die zweite Wurzel ziehen wollen. Schauen wir uns das Ganze mal ganz konkret am Beispiel an. Gesucht sind alle komplexen Zahlen Z, die quadriert gleich 3 minus 4 I ergeben. Und das Einzige, was wir dafür brauchen, ist der Betrag von dieser gegebenen komplexen Zahl hier. Also 3 Quadrat plus 4 Quadrat und daraus die Wurzel. Das Minus habe ich gleich weggelassen, denn durchs Quadrieren wird es ja eh positiv. Das heißt, wir haben hier 9 plus 16 gleich 25 und die Wurzel aus 25, das ist gerade 5. Alles klar, damit wissen wir auch sofort, was die beiden Lösungen für Z sind. Wir haben plus minus, große Klammer geht auf, und dann Betrag von W, also hier 5, plus dem gegebenen Realteil 3, ganz geteilt durch 2 und dann noch die Wurzel gezogen. Dann kommt das Signum von V, also wenn das hier ein negatives Vorzeichen ist, steht auch hier ein negatives Vorzeichen. Und dann der gleiche Term, nur eben mit einem Minus dazwischen. Mal I. So, das bedeutet, wir haben hier 5 plus 3 ist gleich 8. 8 geteilt durch 2 ist 4. Die Wurzel aus 4 ist gleich 2. Und der Imaginärteil ist 5 minus 3 ist 2. 2 geteilt durch 2 ist 1. Die Wurzel aus 1 bleibt 1. Und damit haben wir in Sekunden beide Wurzeln rausgefunden. Schauen wir uns zum Training direkt mal kurz noch ein zweites Beispiel an. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, ist der Betrag von der vorgegebenen komplexen Zahl. Also Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil Quadrat und daraus die Wurzel. Laut Potenzgesetzen dürfen wir jeden Faktor einzeln quadrieren. 2 Quadrat ist 4. Wurzel 2 Quadrat ist 2. 4 mal 2 gleich 8. 8 plus 1 gleich 9. Und die Wurzel aus 9, die ist 3. Und damit haben wir alle Puzzleteile zusammen. Die beiden Lösungen, Z1 und Z2, sind gleich plus, minus, große Klammer auf. Dann steht unter dieser gigantischen Wurzel die Zahl, die wir gerade ausgerechnet haben, plus dem Realteil, 2 mal Wurzel 2. Und die Summe wird noch durch 2 geteilt. Dann kommt das Signum von V, also das Vorzeichen vom Imaginärteil, wird übernommen. Und dann kommt die gleiche Wurzel nochmal, nur eben mit einem Minuszeichen dazwischen. Am Ende nochmal I und wir haben es geschafft. Damit haben wir alle komplexen Zahlen bestimmt, die quadriert gleich 2 mal Wurzel 2 plus I ergeben. Wenn du möchtest, kannst du die Aufgabe hier abschließen. Wenn du allerdings möchtest, kannst du auch diese verschachtelten Quadratwurzeln noch weiter auflösen. Das geht nicht immer, nur unter einer ganz bestimmten Bedingung. Schau dir auch gerne nochmal von mir das Video dazu an, wie man verschachtelte Quadratwurzeln auflöst. Ich zeige dir das an dieser Stelle einfach mal etwas knapper. Wir dürfen nämlich laut Wurzelgesetz die Wurzel aus Zähler und Nenner einzeln ziehen. Das bedeutet, wir haben es in beiden Summanden zu tun mit sowas wie 3 plus minus 2 mal Wurzel 2 und aus diesem Term nochmal die Wurzel. Und ja, tatsächlich, dieser Term lässt sich vereinfachen. Das Kriterium dafür ist, dass man so eine Zahl d, nenne ich es mal, berechnen kann. Und die ergibt sich über diese vordere Zahl, das ist a, diese Zahl b und der Term, der hier unter der Wurzel steht, c. Man muss einfach nur rechnen, a Quadrat minus b Quadrat mal c und daraus die Wurzel ziehen. Und sollte hier wirklich eine ganze Zahl bei rauskommen, dann ist das Vereinfachen dieser verschachtelten Wurzel tatsächlich möglich. Ja, ich weiß ein bisschen viel auf einmal. Schau dir gerne nochmal das Video von mir dazu an, wenn dich das wirklich interessiert. Und ja, auf jeden Fall, 3 Quadrat ist 9, 2 Quadrat ist 4 und das c an sich ist eine 2. 9 minus 8 ist 1, die Wurzel aus 1 bleibt 1. Und da das eine ganze Zahl ist, lässt sich dieser Term auf jeden Fall vereinfachen. Und die Vereinfachung sieht so aus, man muss rechnen a plus d halbe mit Wurzel, dann wird dieses plus minus übernommen, je nachdem welches Vorzeichen man hat. Und a minus d halbe mit Wurzel. Und daran siehst du schon, das Ganze macht nur Sinn, wenn das d auch wirklich eine ganze Zahl ist oder auch gerne eine rationale Zahl, das muss keine ganze Zahl sein, aber wäre das d selbst wieder ein Wurzelausdruck, dann hätten wir wieder das Problem mit Wurzel aus Wurzel, also das wäre nicht wirklich eine Vereinfachung gewesen. Aber speziell bei uns funktioniert das, weil wir hier so eine Quadratzahl hatten und damit haben wir a plus d, also 3 plus 1 halbe mit Wurzel und wir haben 3 minus 1 halbe mit Wurzel. Das bedeutet 4 geteilt durch 2 ist 2, also haben wir Wurzel 2 hier vorne und hier 3 minus 1 ist 2, 2 halbe ist 1, also plus minus der 1. Und damit können wir tatsächlich diesen Term noch vereinfachen. Schreiben wir es ruhig mal hier hin, hier oben hin, aus Platzgründen, plus minus. Und dann haben wir gesagt, müssen wir die Wurzel aus Zähler und Nenner einzeln ziehen. Die Wurzel aus dem Zähler, aus diesem 3 plus 2 mal Wurzel 2, das ist gerade diese Vereinfachung hier, also Wurzel 2 plus 1. Unten steht allerdings immer noch die Wurzel, das ist eben dieses Wurzelrechengesetz, das wir aus Zähler und Nenner einzeln die Wurzel ziehen müssen. Dann plus und jetzt haben wir den gleichen Term nochmal, Wurzel 2 nur eben mit einem Minus dazwischen. Minus 1 durch Wurzel 2. Gerne könntest du jetzt auch das Ganze noch mit Wurzel 2 erweitern, aber ich glaube, an dieser Stelle ist es einfach nur noch Geschmackssache. Viele Mathematiker würden gerne aus ästhetischen Gründen den Nenner rational machen, deswegen könnte man jetzt Zähler und Nenner mit Wurzel 2 erweitern, also sowohl an den Zähler als auch die Nenner eine Wurzel 2 dran multiplizieren, da bleibt nämlich unten noch eine 2 über. Und oben haben wir 2 plus Wurzel 2 und hier haben wir 2 minus Wurzel 2. Naja, ich würde es eher jetzt eine kleine Spielerei abtun, aber in jedem Fall sind wir hier mit der Aufgabe fertig. Nehmen wir mal zum Abschluss noch ein letztes Beispiel. Einfach nur, um dir zu zeigen, dass du mit diesem kleinen Trick sogar vierte Wurzeln bestimmen kannst. Denn überleg mal, eine vierte Wurzel ist doch einfach nur die zweite Wurzel der zweiten Wurzel. Genauso wie ein hoch 4 einfach nur das Quadrat einer Quadratzahl ist. Und um dieses äußere Quadrat loszuwerden, ziehen wir ganz einfach die zweite Wurzel. Wir benutzen diese Formel hier, um an das innere Z-Quadrat ranzukommen. Und an dieser Stelle brauchen wir diese Formel nicht zu benutzen, denn Wurzel von minus 1, das wissen wir, ist gleich die imaginäre Einheit i. So war die ja definiert, war ja der Beginn der komplexen Zahlen. Und laut Formel haben wir aber zu i auch noch die Lösung minus i. Und jetzt können wir wieder mithilfe dieser Formel hier oben auf zwei Lösungen kommen, ausgehend von der ersten Gleichung und auf zwei Lösungen kommen, ausgehend von der zweiten Gleichung. Zuerst haben wir ein Plus, Minus und fette Klammer auf. Dann kommt der Betrag von dieser komplexen Zahl, das ist gerade 1. Der Realteil ist 0 und damit haben wir Wurzel von 1,5. Dann kommt das Signum, also das Vorzeichen vom Imaginärteil. Wenn es positiv ist, dann steht hier ein Plus. Im Übrigen können wir das Gleiche auch hier drüben gleich machen. Da haben wir nämlich genau das Gleiche, nur mit einem Minus. Und dann kommt dieselbe Wurzel nochmal, nur eben mit einem Minus dazwischen. Aber jetzt Plus 0 oder Minus 0 rechnen, macht keinen Unterschied. Das heißt, wir haben auch hier 1 durch Wurzel 2 mal i. Das bedeutet, dass diese beiden Lösungen gerade komplex konjugiert zu den anderen beiden waren. Und ich hoffe, du siehst, wie einfach und schnell sich die zweite, vierte oder vielleicht sogar die achte Wurzel bestimmen lassen. Und zwar mithilfe von diesem kleinen Trick. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.